Du machst dir vielleicht Sorgen, dass ich dich kille, sobald du alle vier Teile zusammen hast und mir den Kompass selbst unter den Nagel reiße. Ach Quatsch, du doch nicht. Du würdest uns doch niemals töten. Oder? Das ist das, wo die Sniper sind. Hallo, kannst du mal auf mich hin- und herzuschieben. Sag mal, hallo! Luki, hör mal auf, wie scheiße jetzt! Ich wollte mir zum Ziel bringen. Ja, Alter, du weißt schon, dass ich Sniper bin, oder? Dann müssen wir hier rein. Ja, und ich wollte die Geschütze ausschalten. Moment, warte, ich bin kurz im Eingang. Ja, okay, es gibt nicht direkt einen Eingang. Ach, doch, gibt's. Können wir reinlaufen. Okay, du machst die Geschütze, ja? Ja, und die komische Würmer, wenn sie mich mal hier... Okay, ich glaub, es war es schon. Boom. Warte, ich sehe keinen mehr rum. Boom. Ja, ja, den hab ich verdient. Auf jeden Fall. Meine Zeit war noch nicht gekommen. Du gehst unten mal ein Kisten, ne? Hä? Hm, ärgerlich. Definitiv kein Karma, oder so. Oh mein Gott. Äh, du hast was in deinem Fuß. Was hab ich? Was in deinem Fuß stecken? Ich hab was in meinem Fuß stecken. Ja, meine Spiker bleibt auch in dir hängen. Meine Wache hier. Oh, das kann man bitte. Werben! Das ist ein Badass. Ja, äh, hallo? Da schießt er nur durch den Boden auf uns. Schon, ne? Sag mal. Was? He-Hu-Wut. Weiters? Ja, der hat mich. Kannst du kurz irgendwie... Alter! Wieder einfach weiter auf uns schießt, ne? Ja. Karte fliegt immer zu langsam. Ach, jetzt. Arschloch. Äh, da schießt schon wieder einer! Ja, okay, scheiß drauf, ich geh in Richtung Ausgang. Alter! Wo ich das Haus hier? Äh, Waffenkiste. Diesmal will? Bleib da unten. Äh, warte mir schon, dass ich kommen muss. Das sind Klassenmutz, nur eine für mich, der andere ist Psyko. Da hat's ja in meinem Gesicht die Luft gejagt und nicht damit getötet. Äh, okay, woran bin ich jetzt gerade? Und vor mir ist gerade ein Gegner, die ich gerade töten wollte. Was zum Teufel passiert hier? Stirb, bitte, stirb, stirb! Danke. Wo bist du? Am Eingang. Achso. Oh, uff. Oh, fuck. Ich bin die W-Spot. Neee! Man jetzt schon wieder. Ja, das scheiß Schiff steht da. Auto-Boot-Ding steht immer noch offen. Komm doch hoch. Ja, 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 ja. Oh mein Gott, das ziehe ich da nicht so viel. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich hätte den Ding getötet. Sorry. Hä, warum treffe ich den da oben nicht? Boah, wirklich. Das scheiß nämlich Auto von unten immer noch, ne? Das ist halt einfach so dumm. Oh Mann. Und ja, die machen wir schaden. Oh, wir können damit. Einfach weg hier. Was ist das? Schatze gehen, tut sich jetzt hier. irgendwann sollte es machen wir haben nicht gemerkt was das ist für das tor einfach aber man kann es nicht zu machen das tor dann so weit weg mit deko jetzt mal schön verkauft aha hat der gute hörbar sich etwa nicht verknallt immer diese wahlfänger doch das doch mal früher ich hab es gesagt als ich es gesehen habe da was 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 ist denn mit ihm falsch das ja 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 kein bum bum kein bum bum kein bum bum ja loki hör einfach auf was was mit hier hier wo kommt der laserstrahl her ich sehe die das ist falsch mit dem ja der 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 hat was der video hier liegen lassen alter was mit diesen piraten los wie viel schaden macht er und warum heilt er sich die ganze zeit ist diese verfluchte pirate oh mein gott er soll auch in sich zu heilen ich kann dich nicht aufheben wenn er mich selber dann auch irgendwie durch die gegend schrubst die die sind richtig der für die kühle ich bin damals oh mein gott alter f est die 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 der r der war davon und der man das Oh nein, er hat wieder Bum-Bums. Er kann sich wieder selbst in die Luft jagen. Nee, mit denen nicht. Was? Wie mit denen nicht? Hast du immer noch den Zauber? Nee, ich hab die Heal-Bum-Bums. Achso, die machen dir gar keinen Schaden oder was? Quasi nicht. Den Zauber rüst ich nur auf, wenn meine Bum-Bums leer sind, weil der hat regeneriert. Oh, da muss man gar nicht rein. Ich bin so verwirrt. Du klingst verwirrt? Du bist verwirrt. Guck mal, da hinten ist die Riturium. Hast du Paul übersehen? Gehst du? Ja, doch jetzt. Okay, jetzt. Ja! Ich hoffe doch, du guckst, ob sie lang geht, wenn du sie wegst, wenn du sie wegst, wenn geht die Arschlöcher. Meine Güte. Ich würde sagen, die Antwort war ja. Kein Gruppe recht ins Gesicht zu springen. Nee, nee. Nee! Ja, klar, ist die einfach wieder. Facing full life. Oh. 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 Jetzt steht das schon. Alter, diese verfluchten Piraten, ne? Sind absolut werftöten. wie war meine aussage geben von wegen ja am ende sind wir wieder so schwach dass wir nichts besiegen können wir sind jetzt schon wieder so schwach dass wir nichts besiegen können ich bin ein fan von dramatik ja ja fast fast er ist tot elektrische kann ich mal vielleicht das zeug angucken wenn du kannst ruhig da machen ich guck ich darf mit euch spielen die sie ist ungefähr gleich mit meiner würde ich sagen meine hat korrosionsschaden was auch ziemlich nice ist ich habe es jetzt mal mitgenommen falls du sie nehmen möchtest hallo wie schon wieder du warst am nachladen ich war am schießen nein du warst am nachladen der war schon längst tot als du gerade geschossen hast wirklich ernsthaft jetzt nein du hast für mich am nachladen hast dich geschossen und dann habe ich habe ich ihn getötet hier unten ist eine kiste eine große hinter irgendwie einem zaun hier 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 da wieder er glaubt mir nicht dass hinter dem zaun ist wir können übrigens unsere unsere munitionsdinger nicht erweitern weil wir nicht wenn ich die stadt freigeschaltet haben ja ich glaube wir können theoretisch wieder auf den easy mode also nicht nur den plus sondern normalen zurückschalten dann haben wir die stadt wieder oder wir spielen dann bei gelegenheit irgendwie einfach mal außerhalb der aufnahme bis zurück nach sanctuary ist ja nicht soweit ja halt nur die main mission oder doch mir sind egal die idee keine waffe die bereich oh mein gott was tust du denn jetzt kommt es gut ganken ich habe auch die andere Seite der Arena hier gejutet holy shit es wird passiert hier muss leben war auch noch mit in der Hütte oder wo? ja hier ist auch noch mal neben oh hab ich das basically nicht geheilt ok quasi voll noch mal neben ja ich auch nochmal hier ist noch eine Kiste 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 oder? wow wow wir hatten hier seinen Schatz ausgeraben kommt dir einfach Geld raus gefallen wie sonst was muss wohl eine special kiste gewesen sein das wir hatten die Brücke fällt zusammen zu oft schon sowas gespielt hat und mal tut sie nicht oh Mann oh Mann